Einen wunderschönen guten Tag bei diesem tollen neuen Nostarov-Update. Die Kamera ist gerade an der Steckdose, deswegen sind meine Entertainment-Möglichkeiten gerade ein bisschen eingeschränkt. Oh, scheiße. Ich wollte trotzdem mal ein kleines Update machen. Unter anderem dazu, nee, nicht wirklich, das habe ich zum Geburtstag geschenkt bekommen. Es ist das erste Update der Art für zwei Tage Geburtstag, am 25. Ganz toddy. Ich verstehe die Faszination nicht, aber jetzt habe ich auch so ein Ding, bin ich jetzt übertrennt hier und decke die Scheiße weg und so. Das trifft sich aber gerade gut. Bitte machst du es wieder rein? Nein, du nimmst es jetzt nicht. Aber das ist so unangenehm. Oh, mach es halt aus! Oh, das ist so unangenehm. Das ist auch ein Geschenk gewesen, ganz tolli. Richtig toll. Was geht ab? Ich wollte nur sagen, dass ich kurz Janine jetzt abhole. Das ist übrigens meine Schwester. Wollt ihr auch mal sehen, wie wir Unterwäsche kaufen gehen? Ihr habt bestimmt diese Vizca Barzah Sache mitgekriegt. Was für ein Ding? Ja, YouTube. Oh Gott, der hat seine Schwester sexualisiert für Tics. Ach so, also dann. Dann die kleine Information, dass es so einen Kanal gibt, der unsere Videos russisch synchronisiert. Das ist ziemlich witzig. Brrsch, du hast mochi, komm! Nein, brrsch aus allen Kraft! Nein, Mann, komm! Für die haben wir jetzt ein kleines Intro gemacht. Da wird jetzt wahrscheinlich öfter mal was von uns hochgeladen. Mal gucken. Auch das verlinke ich euch. Ich leg das jetzt weg. Das ist dumm. Das nächste Ding ist Gamescom. Wir werden am Freitag da sein. Allerdings haben wir nur Tickets für Freitag und nur zwei bis jetzt. Ich weiß nicht, ob ihr noch irgendwie eins übrig habt oder so. Dann könnt ihr mir gerne schreiben. Alle Links im Beschreibung. Blablabla. Ihr wisst, wo ihr mich erreichen könnt. Was wolltest du denn ursprünglich sagen? Ich wollte nur sagen, dass ich Janine jetzt abhoge. Auf der Gamescom werden wir uns sicher wieder mit euch treffen, aber es wird nur einen Tag sein und deswegen, also für Samstag haben wir halt gar keine Tickets. Deswegen vermute ich, mit einem großen Video wird es knapp. Es wird schon irgendwie ein Video dabei rumkommen. Mal schauen. Also ich glaube, ein Tag wird echt knapp für so ein gewohntes Gamescom-Video von uns. Mal gucken. Einen Kumpel von mir, den kennt ihr bestimmt. Ich spiele mal ein paar Lieder ein, die ich schon verwendet habe in Videos von Undefined. Ja, habt ihr bestimmt schon mal gehört in dem ein oder anderen Video. Die Band gibt's allerdings nicht mehr. Allerdings der Sänger davon ist jetzt in einer neuen Band und der hat mir sowas Schönes zum Geburtstag geschenkt. So ein kleines Liedchen. Das wollte ich euch nicht vorenthalten, damit ihr ausnahmsweise auch mal gute Musiker auf diesem Kanal hier zu hören bekommt. Werde ich das jetzt mal einblenden. Sag, alles gut. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Das ist doch ein geiler Anfang. So, jetzt bleibt mir auch gar nicht mehr so viel Zeit bis zum Refrain, wenn ich jetzt hier gerade so betrachte, wie schnell der Cursor läuft. Also es tut mir sehr leid, dass ich zu deiner kosten Festivität nicht anwesend war. Als Entschädigung schicke ich dir dieses Lied. Robin. Liebster an die Band von Frau Hunterstab. Alles Gute zum Geburtstag. Robin. Er war ist schamlos in Sonja-Marten-Butter. Du kleiner Schmucker-Bär. Robin. Schuler der Verweis wegen rassistischen Äußerungen im Hausaufgabenheft. Es gibt keinen, der dich nicht mag. Robin. Er kann Nolly 360 Inward-Heel-Flips. Oh, gäbs von dir noch mehr. Dann hätt ich eine Sammlung. Eine Sammlung von Robbins. Sie wär wunderschön und toll und die größte Sammlung der Welt. Ich hätte alle Robbins. Alle Robbins, die man nur haben kann. Ich hätt sie alle. Robin. Wenn du beim Durchmachen in der fünften Klasse tatsächlich wachstun. Alles Gute zum Geburtstag. Robin. Rest in Peace, André. Dich kauft man nicht mit Geld. Robin. Kann mit Sicherheit alle Liedtexte der Ärzte auswendig. Es gibt keinen, der dich nicht mag. Robin. Alter, jetzt so ein Vasemase mal mit Sambal Olek. Du bist einer der liebsten, tollsten, nettest, lustigen Mensch dieser Welt. Jetzt ist vorbei. Das war doch ganz toll, oder? Spark, die Nice Fire, heißt die neue Band von den Kollegen, den ich schon seit der ersten Klasse kenne. Grüße gehen raus. Schaut mal bei ihm vorbei, wenn ihr da Bock drauf habt, wenn euch die Stimme gefallen hat oder was auch immer. Alle Links, ne? Und so. Guckt mal nach. Ich falle auch nochmal an die Feind und so. Können auch nochmal rein. Gab's ja auch schon einige, die das gefeiert haben. Ja, und zu guter Letzt, Pranks sind am kommen, hab Vertrauen. Dauert schon noch ein wenig, aber ist, ist. Kurzes Update nur, ich denke, das war's. Krieg dich doch einfach. Hey. Mach das Ding jetzt aus. Weil man kriegt das halt doch auch nicht aus. Nee.